salut man ami willkommen zur flaschenpost deep talk update 086 in den startlöchern französischer zerstörer im vorabzugang sind hier enthalten ich erkläre euch ein bisschen was zu dem update was da alles noch mit dabei ist und wie man die zerstörer bekommt also donnerstag 25 juli sieben bis zehn uhr wird der server runtergefahren ein gigabyte update müsst ihr euch selber runterladen und danach könnt ihr daran teilnehmen also ab zehn uhr könnt ihr dann loslegen und versuchen die zerstörer zusammenzufahren besondere eigenschaften der zerstörer sind klar denke ich zumindest verbesserter motorboost nebelerzeuger haben die dinge also wir haben verbesserten motorboost nebelerzeuger haben sie nicht bestimmte teile der zerstörer können auf null trefferpunkte reduziert wenn das schiff ist trotzdem noch 5 fähig also geht nicht unter und die schiffe haben hauptbatterien nachlade booster außerdem ab t8 gibt es eben flache geschoss bahn für die ap granaten hier ist noch mal abgebildet wie das alles genau funktioniert weil ich gleich vorweg sagen möchte ihr bekommt alle schiffe ab dem update 088 könnt ihr alle schiffe fahren egal ob ihr hier geld oder glück habt oder wie auch immer also geld ausgibt oder glück habt euch quasi euer glück kauft oder eben erspielt und so weiter also das mal vorweg ab update 088 sind alle schiffe hier drin sind nämlich vorschussbaumschiffe und nicht irgendwie premium schiffe und so eine sachen die jeder freischaltet also überlegt euch gut ob ihr das geld ausgeben wollt darüber hinaus gibt es natürlich ein anreiz von wargaming vielleicht mehr schiffe im hafen zu haben nämlich für die symbole von frankreich die werden nämlich auf den schiffen verteilt und ich habe hier mal was vorbereitet sozusagen von einem anderen post von wargaming hier könnt ihr nämlich republik marken und kohle erfahren ihr seht hier premium spezial schiffe t stufe 10 bis 7 bekommen hier dann bestimmte anzahl von republik marken und ab t6 bis t2 runter gibt es eben kohle und bei den forschungsschiffen gibt es ein ticken weniger t10 bis t7 runter stuft sich das ein bisschen anders ab und dann bei den kohle also bei den t6 und t5 schiffen gibt es eben kohle bei den forschungsschiffen aber wenn man prämo schiffe hat wenn man ein bisschen mehr geld schon vorher ausgegeben hat oder glück hatte kann man damit eben dann die sachen auch erfahren wann bekommt ihr die immer wenn ihr mit dem schiff gewinnt und ja am ende des gefechts nicht null erfahrungspunkte gesammelt habt also ihr müsst irgendwas gemacht haben damit hat eben funktioniert immer wieder zurück bevor ich zu dem reiter komme neben dieser sache gibt es natürlich auch direktiven im game ja ihr werdet pro woche wieder direktiven geschichte bekommen jede direktive verfügt über zehn bis elf missionen wenn ihr alle direktiven abschließt bekommt ihr am ende die chirocco t5 zerstörer der französischen marine und er wird eine permanente tarnung natürlich dabei haben und so weiter die direktiven laufen vom 25 juli bis zum 19 august wir hatten ja eben schon über die republik marken gesprochen und was man dafür bekommen kann ist jetzt hier so ein bisschen aufgelistet der einzige weg oder diese diese sterne von frankreich oder wie auch immer die es genau noch mal hießen hier symbole von frankreich sind nicht die einzige möglichkeit republik marken zu bekommen ihr könnt wenn ihr die direktiven da oben erfarmt oder durchspielt natürlich container bekommen in diesen containern sind dann möglicherweise diese zerstörer hier enthalten ja aufträge enthalten dafür und wenn ihr die bekommt dann kriegt ihr sogar wieder noch mal einen weiteren auftrag wodurch ihr noch mal 250 republik marken verdienen könnt auch wird es den französischen premium kreuzer t8 bei ja wahrscheinlich innerhalb des updates 086 irgendwann im premiumstore geben weil sonst würden sie das hier jetzt nicht schon erwähnen und möglicherweise wird auch die chirocco und vorab im premiumstore verfügbar sein wenn ihr denn möchtet was könnt ihr jetzt mit diesen republik marken eben machen hier könnt ihr pakete kaufen die in der waffenkammer dann verfügbar sind hier für 200 da seht ihr ganz genau was es dafür gibt seht ihr auch alles vorher schon das ist keine in anführungsstrichen überraschung die überraschung kommt dann wenn ihr 1400 republik marken ausgegeben habt also vier sets an container dann wird eine fünfte etappe freigeschaltet und dieser fünften etappe gibt es 30 verschiedene variationen in einer einzigen der 30 verschiedenen variationen ist die mogador mit einem mit einer besonderen tarnung enthalten jeder container davon kostet 1000 dublonen also heißt das dass ihr im schlimmsten fall 30.000 dublonen ausgeben müsst aber ist nicht ganz so schlimm weil ihr im vorwege sehen könnt also wenn ihr das überhaupt möchtet ihr könnt im vorwege sehen welcher inhalt in diesem container drin sein wird ja also ist in dem sinne ja eine halbe abzocke naja eigentlich ihr wisst ja was vorher drin ist also ist es keine richtige abzocke muss jeder für sich selber entscheiden ob ihr das eben machen wollt oder nicht wenn ihr den ganzen kram hier eh nicht teilnehmen wollt und auch keine mogador im vorgang im vorabzugang haben wollt dann könnt ihr die marken auch für eine jaguar für eine jippa für eine vacillon und für eine lefantask ausgeben das ist eine permanente tarnung die sieht gar nicht immer so hässlich aus wie ich persönlich finde ja von daher ist eure entscheidung wichtig ist auch darum sagte ich das vorhin noch mal die beiden zerstörer mogador kleber sind ab dem update 0 8 8 mit verfügbar und dann ist auch der ganze forschungsbaum im spiel das heißt ihr kriegt hier nur vor abzugang sogar circa zwei monate bevor die biffe tatsächlich dann im store verfügbar sind oder beziehungsweise im zeitlichen vorteil dann kommen lang gefechte ja und da unten seht ihr schon gewertete gefechte kommen auch ja also ich kann mich noch an diesen spruch von wargaming daran erinnern wir ändern die lang gefechte auf t8 und das nur noch im format 6 gegen 6 gespielt wird damit mehr spieler im sommer spielen können jetzt machen sie es sogar so dass die klaren gefechte und gewertete gefechte im gleichen zeitraum laufen lassen gewertete sie ist ein ticken kürzer vom zeitraum her aber das sorgt doch wieder genau für einen komplett konflikt in den spielern ja in euch da draußen ja warum macht man sowas ich verstehe es nicht gerade im sommer wo die meisten leute draußen sind wo weniger gezockt wird ist ja einfach mal so ja kann ich nicht ganz nachvollziehen sei ganz ehrlich finde ich kontraproduktiv um es ganz ehrlich zu sagen gucken wir uns kurz die klaren gefechte an ihr habt hier sechs gegen sechs keine flugzeugträger dabei nur t8 nur ein schlachtschiff maximal mittwoch donnerstag samstag sonntag hier sind die zeiten aufgelistet wird nur herrschaft gespielt das hier sind die karten griechenland ist neu mit dabei zum beispiel dreizack ist auch dabei und ihr könnt dann natürlich auch wieder stahl verdienen und zwar gar nicht mal so wenig ich glaube das waren über 8000 einheiten stahl wenn ihr dann komplett da durch rockt es gibt natürlich hier wieder die ganzen liegen ganz normal und es wird auch wieder besondere errungenschaften und aufträge geben in jeder liga also hier steht es bis zu 8750 stahl könnt ihr da verdienen wenn ihr dann in der brise liga ein sieg holt zum beispiel gibt es noch mal 50 stahl das ist das ist dann irgendwie ein paar mal erfüllbar ihr kennt die ganze geschichte schon aus der vergangenheit hier gibt es die bewertung für die globale platzierung hier dann für die liga platzierung seht ihr ganz genau was die an kohle und stahl mitnehmen können für eure sachen und hier gibt es die kampf aufträge von denen ich gerade gesprochen habe sieben gefechte gewinnen ja und da wird er dann jedes mal ausgeschüttet mit den verschiedenen sachen hier brise versorgung brise stahl gewinnen sie ein gefecht in der brise liga oder einer beliebigen höheren liga und kriegt 50 stahl schiffsbegrenzung t8 und so geht es hier immer weiter durch die ganzen sachen bei der sturm liga sind 75 bei der orkan liga sind es dann nachher schon glaube 100 waren das dann da sind die tarnung dann auch ein bisschen besser die ihr da bekommt bei der taifun jetzt gucken wir hier mal taifun stahl ist auch 100 und hurricane ist dann auch 100 also ihr seht ab denen liegen wird es dann wirklich schön auch für euer stahl konto sei jetzt einfach mal man kann auch sagen bei gefahren herz hat sich das ein bisschen verändert da war ja vorher die startposition hier und jetzt ist sie hier rüber gerückt ist also jetzt ja ein anderer vorbedingung wenn man dazu sagen möchte und dann kommen wir gleich noch zu den gewerteten die vom 8 august bis zum dritten september verfügbar sind und ja ich hatte es eben schon gesagt hier springt gerade noch mal zurück zu den gewerteten wir haben hier ein zeitraum hier überhaupt so finde ich jetzt gerade nicht war vom 31 juli bis 15 september und die gewerteten die finken sind vom 8 august bis dritten september also genau da drin ist aber eine normale gewertete saison also hier auch wieder mit diesen unumstößlichen rennen vor auf der 12 bis 15 natürlich und dann ist die durstphase ziemlich lang also die durchstrecke bis rang 1 also könnt ihr hier drin immer wieder zurückfallen auch hier gibt es eine neue karte nämlich crash zone alpha die zeigt euch gleich noch ja fünf verschiedene karten auf t9 sechs gegen sechs wird gespielt auch da gibt stahl marken achievements und so weiter das übliche was ihr so kennt und ja das war es eigentlich schon was man dazu groß sagen kann insgesamt 5500 stahl die verteilung ist dann hier auch noch mal aufgelistet hat könnte dann alles auch abrufen hier wenn man elfter wird kriegt man 300 stahl wie gibt es zum mal 200 stahl beim 13 wird 200 stahl und so weiter und so fort ja die beste belohnung gibt es natürlich dann wenn man erster wird und das möchten ja wahrscheinlich auch eine menge leute von euch da draußen ich werde euch die ganzen links zu dieser sache hier natürlich unten dann wieder in die beschreibung legen so dass ihr sie auch noch mal in ruhe nachlesen könnt und dann genau gucken könnt ihr kann ja nicht auf alles eingehen in so einem kurzen video hier dann geht es weiter karten und spielmodi ich sagst euch habe es euch gerade schon gesagt crash zone alpha kommt an die klippen andover soll dazu ein bisschen erinnern sollen sehr helle klippen sein so ein bisschen ihr seht dass hier verschiedene spielmodis verfügbar werden t8 bis t10 und ja hier sind die flanken besonders gut mit geschützt sodass man also viel und gut über die flanken operieren kann ich finde es ja mal wieder cool dass noch mal eine neue karte kommt nachdem griechenland ja gerade erst eingeführt wurde und es wird ja jetzt schon wieder eine neue karte entwickelt das erfahrt ihr dann bei uns im ausblick demnächst also das geht weiter und voran bin gespannt wie die karte dann kommt und wie die sich dann mit leben füllt wie ihr da draußen die taktiken dann so ein bisschen ja ändert oder wie sich dazu dann in euren händen anfühlt könnt ihr mir auch gerne in die beschreibung setzen was ihr von der neuen karte erwartet was ich persönlich richtig gut finde ist dass nämlich griechenland jetzt endlich griechisch wird nämlich so ein wetter haben wir da äußerst selten oder seltenär ich persönlich fand es trist und traurig dass die so eine dunkle karte draus gemacht haben jetzt wird griechenland blauer himmel ein bisschen wolken war man hat so das gefühl man ist wirklich in griechenland finde ich persönlich daher freue ich mich darüber dass sie damit einsetzen dann kommt das rette das unternehmen rettung der raptor zurück das heißt da haben sie die ganze mechanik komplett umgebaut so ein bisschen die welche verbesserung die schiffe von den gegnern haben und so weiter und so fort es wird natürlich auch kai gescheute flugzeugträger geben und das wird sich dann auch auf die bot kämpfe also die koop gefechte auswirken ihr werdet dann in zukunft jetzt auf flugzeugträger treffen die werden nicht mehr durch schlachtschiffe ersetzt wie das jetzt noch der fall ist kann übrigens auch passieren dass wenn ihr gar keinen flugzeugträger habt auf eurer seite als spieler kann es trotzdem passieren dass der gegner also die ki tatsächlich einen flugzeugträger hat ja also so was habe ich mir sagen lassen beziehungsweise das war in der testphase so also von daher ja wird auf jeden fall spannend kann man jetzt jetzt werden auch die koop spieler fluchen über die flugzeugträger so habe ich das gefühl so und dann gibt es natürlich neuen reiter wo ihr diese ganzen sachen auch abrufen könnt in der waffenkammer weil ich eben schon sagte und ja es gibt natürlich auch weitere neue inhalte in der waffenkammer und zwar kapitäne und zwar geschichtliche kapitäne die sollen tatsächlich so existiert haben ich habe das jetzt nicht gegoogelt ihr kommt und bekommt zehn fertigkeitspunkte die haben aber keine besonderen eigenschaften also nicht irgendwie verbesserten elite schütze oder irgendwie sowas ähnliches haben aber zehn fertigkeitspunkte kosten 1500 tublone ihr habt dann 10er kapitän im hafen stehen oder sitzen könnt euch nur einmal kaufen also ist aber ganz cool ist ein bisschen was besonderes mal wieder und man hat halt gleich ein 10er kapitän das ist halt geil da dran dann geht es weiter gibt natürlich auch wieder optische verbesserungen der verbesserte tarnung oder neue tarnung für die flint mit den werten hier erkennbarkeit zu wasserstreuung das sind ja die standardwerte ep je gefecht plus 100 prozent 100 prozent freie ep 100 prozent kapitäns ep und schlussverwaltungskosten um zehn prozent reduziert dann gibt es noch die geschichte reibstoff marken die werden mit dem update 087 erst verschwinden und dann im kurs von 22.500 credits umgewandelt und die rationsmarken die werden jetzt mit veröffentlichung dieses updates schon umgewandelt auch da wenn ihr dann auch welche übrig habt gibt sie schnell aus oder ihr bekommt im 22.500 credits im austausch dafür und auch der bereich victory teil 2 wird aus der waffenkammer dann entfernt also könnte da auch keine verbesserungen dann mehr kaufen also die sachen die sie da in der waffenkammer so angeboten haben dann kann man zu einem bereich der mich persönlich immer ziemlich interessiert die technischen verbesserungen und nein leider wird der hafen immer noch nicht richtig weiter angegangen so dass der jetzt wieder flüssiger läuft und weniger hacker gibt das hatten sie ja mal vor ein oder zwei updates wo sie das mit den flaggen so ein bisschen gemacht haben wenn man viele flaggen oder viele inhalte da hatte an tarnung und so aber nein das bleibt leider immer noch weiter unangefasst obwohl ich immer noch massive ruckler habe teilweise sogar rausfliege aus dem spiel da finde ich ein bisschen schade arbeit wird wird auge getan im gefecht beleuchtungsmodell im spiel wird überarbeitet das ist auch wohl eine vorbereitung für weitere grafik updates die in zukunft kommen sollen unter anderem soll auch der hafen davon einen vorteil haben also das optisch wahrscheinlich ein bisschen besser aussieht im sonnenuntergang und also ganzen schichten auch das anti-lasing wurde verändert wenn die richtigen grafikeinstellungen gemacht wurden und dieses streaming dynamischer texturen wurde auch verbessert und damit soll man sogar ein bisschen bessere performance in gefechten haben dann kommen wir zu einem thema der euch immer so ein bisschen ärgert ihr wisst schon was da kommen kann weil ihr nämlich ausblick geschaut habt und da habe ich vor einiger zeit schon darüber berichtet der französische kreuzer henry wird eine verlängerung der ladezeit auf 13 sekunden bekommen die deutschen kreuzer rohn und hintenburg bekommen eine verkürzung wenn wir vor kurzem schon mal einen nerf bekommen da wurde die ladezeit nämlich verlängert auf elf sekunden von zehn auf elf jetzt verkürzen sie wieder auf zehn halb also eine halbe sekunde gewonnen und dann gab es ja schon mal ein buff nämlich bei der reparaturmannschaft da gab es ja eine aufladung mehr dann kommen wir zu einem buff und zwar für die deutschen schiffe tierpitz bis mark kraft zeppelin und alle kreuzer der türschiffe 8 bis 10 105 mm sekundär geschütze können in zukunft ein viertel penetrieren anstatt ein sechstel und das wurde eine ganze zeit jetzt auf t9 mit dem großen friedlich getestet und anscheinend wurde dafür gut befunden wenn ihr dann mal mit der bier mit der blitzmark oder tierpitz jetzt top tier seid dann könnt ihr für eine gewisse zeit wahrscheinlich noch weil da ja auch schon wieder änderungen an den panzerungen der t6 und t7 stattfindet auf jeden fall die schiffe durchdringen soll selbst die schlachtschiffe eben mit euren sekundärgeschützen das ist relativ heftig also wenn ihr da sekundär geskillzeit und dann auf einem und dann im top tier gefecht seid wo ihr selber top tier seid da könnte auf jeden fall einiges an damage anrichten trotz eurer bananen streuung bei diesen schiffen dann geht es weiter die gearing bekommt hier eine verkürzung der torpedower nachladezeit bei der grossoffer gibt es eine verlängerung um 0,2 sekunden bei den hauptgeschützen auch hier hauptgeschütze werden von 3,3 auf 3,5 erhöht bei der shungmu die torpedowerfer werden verlängert weil der einfluss auf das gefecht durch die tiefwasser torpedos doch relativ stark war und das schiff an sich einfach over performt hat dann gibt es bei den panasiaten zerstörer yu yang das ist der t10 zerstörer eine veränderung bei der ladezeit der torpedos da wurde ja auch schon mal von 130 sekunden oder so auf 156 hoch gesetzt jetzt werden wieder zehn sekunden reduziert also es wird auch immer wieder nachgebessert wenn man merkt okay das war jetzt zu viel des guten und ja jetzt passt das schiff wohl wieder besser der britische zerstörer jutland der bekommt eine verlängerung der ladezeit der hauptbatterie nämlich auf vier sekunden hoch also eine halbe sekunde verliert das schiff bei der key gibt es eine interessante geschichte da wird die panzerungsstärke des zitadellendecks verändert weil sie nämlich in der vergangenheit mit einem kaliber von 356 mm zitadellbar war und dadurch dass die zitadellendeck jetzt geändert wird nämlich auf 32 mm kommt da eigentlich nur noch die yamato quasi durch mit overmatch einfach durch alle anderen haben eine winkelabfrage also können dann auch abprallen das ist nämlich eigentlich das ziel was dahinter steckt hat die chance für abpraller nachdem die äußere panzergürtel durchdrungen wurde größer wird das war bis jetzt bei der key hat relativ einfach da zitadellen zu treffen dann wird beim deutschen zerstörer z23 die treffer punkte des standard rumpfs um 2000 erhöht vorher war es eben so dass man 4800 punkte bekommen hat wenn man vom standard rumpf zum erforschbare rumpf aufgewertet hat in zukunft wenn er nur noch 2800 punkte sein weil 2000 der standard rumpf eben dazu bekommt und beim britischen kreuzer emerald wird halt auch der zitadellendeck auf 40 mm erhöht gibt also ein bisschen mehr schutz gerade gegen flugzeugraketen und ja auch die sprenggranaten von schwer von schweren kreuzern und so weiter dann gibt es optik verbesserung bei der hat zu aru gnevni und nicolas was gleichzeitig auch ein bisschen was mit mit dem schaden zu tun hat wenn ich das richtig gelesen habe es werden jetzt hier flugabwehr geschütze und so weiter montiert und die hat zu aru hat jetzt eine flugabwehr aura die 70 treffer punkte pro sekunde verursacht und über eine trefferschance von 85 prozent bei der reichweite von 0,1 bis 1,9 kilometer verfügt wird hier geschrieben ja geht dann halt noch ein bisschen weiter hier werden die schusswinkel der haupt geschütze verändert und so weiter das ist auf t5 t6 in dem bereich okay wissen wir bescheid jetzt kommen wir zu einem thema da haben viele von euch da draußen schon gesagt das wird jetzt auch mal wirklich zeit gerade bei der conquer und bei der lion wird nämlich jetzt hier die zitadelle angehoben bei den britischen schiffen und zwar von t7 bis hoch zu t10 betroffen davon ist sind alle forschungsschiffe ja also lion monarch king george george the fifths und die conquer und premium schiff nämlich die duke of york hier quasi eine king george ist bloß ein bisschen anders wollen wir uns das hier mal anschauen also es ist nicht nur eine zitadellen erhöhung es ist auch ein buff also nerf und ein buff gleichzeitig so ein bisschen gucken wir uns mal das ganz genau an also die ganze geschichte wird jetzt angehoben so sah es vorher bei der conquer aus wieso sieht es dann ab dem update 086 aus ihr seht also deutlich die zitadelle ist viel größer geworden und liegt dann jetzt auch über der wasserlinie wenn auch ein schmaler streifen aber damit ist die conquer natürlich ordentlich bestrafbar wenn sie denn zu viel riskiert nämlich wenn sie alle vier geschütztürme einsetzen will um ihre he durch die gegend zu schicken möglicherweise und das wollen sie so ein bisschen jetzt entgegen wirken wie machen wie machen sie das also die duke of york bekommt erstmal eine zusätzliche ladung verbrauchsmaterial reparaturmannschaft das ist schon mal nummer eins also der premium schiff wird erst mal verbessert indem man eine reparaturmannschaft drauf packt dann wird der kasematten schaden der vorher 60 prozent wieder herstellbar war auf 75 prozent erhöht das betrifft alle schiffe ja nur die duke of york bekommt eine aufladung für die reparaturmannschaft extra das ist also schon mal krass wie ich persönlich finde dann wird der schaden der pro sekunde wieder hergestellt wird nicht mehr bei 0,5 sein sondern auf 0,6 erhöht bei der reparaturmannschaft also bei der duke of york jetzt wir bekommen eine ganze aufladung mehr und stellen mehr trefferpunkte des maximalen trefferpunkte vorrats wieder her vorher waren es 0,5 jetzt 0,6 dann wird die abklingzeit noch verringert und zwar von 120 auf 90 sekunden also auf eine minute 30 t7 t8 und die duke of york und bei den schiffen lion und conquerra wird die abklingzeit von drei minuten auf zwei minuten verringert auch da wie gesagt auch da kann bei der kasematte jetzt mehr repariert werden heißt effektiv hat alle leute alle kapitäne die sich richtig fahren nämlich frontal angewinkelt nicht zu viel breitseite riskieren und so weiter jetzt sogar noch besser überleben können als sie das vorher konnten und alle die das schiff falsch fahren ja schneller aus dem gefecht rausgehen zumindest ist das das ziel von wargaming in diesem fall dann geht es weiter japanische träger zerstörer würde ich schon sagen träger hakuryo da wird eine torpedobomber option nicht mehr verfügbar sein und zwar diejenige die da vier torpedobomber enthält hatten sie ein bisschen mit rum experimentiert auch auf dem test server dass man ja keine schadensverringung mehr bekommt dafür aber näher ranfliegen kann also die ganzen geschichten hatten sie da ausprobiert jetzt haben sich dazu entschlossen dass diese torpedobomber komplett aus dem spiel entfernt werden wenn man diese erforscht hat bekommt man free xp dafür und wenn man die sogar gekauft hat zweieinhalb million kredit punkte zurück mit werden sofort die standardflieger auf der hakuryo eingesetzt ja hier wird eine große begründung hingesetzt hat halt ja ein großes problem war wenn der wenn man da mit diesen bombern operierte gerade für träger die weit weg sein mussten von anderen schiffen war das wohl ein deutlicher nachteil und als sie das dann geändert hatten dass die torpedobomber näher ranfliegen sollten aber dafür mehr schaden genommen haben ja war das plötzlich ein so eine art multifunktionswaffe für alle möglichen klassen und das war halt auch nicht okay weil man damit natürlich auch relativ leicht dann zerstörer und kreuzer und hasse nicht gesehen rausnehmen konnte man konnte sich nicht mehr vernünftig wehren deswegen wird die ganze geschichte jetzt komplett entfernt und es gibt jetzt nur noch eine option bei dem t10 träger der japaner dann gibt es wieder eine sache bei der flugabwehr die muss man jetzt wirklich ganz genau lesen flugabwehr geschütze verursachen jetzt mehrmals pro sekunde permanenten schaden jetzt als beispiel ja aktuell wird schiff a angegeben mit flugabwehr schaden 30 punkte pro sekunde ja jetzt schießt diese flugabwehr geschützt zwar mehrmals pro sekunde arbeit wird halt jetzt nicht mehr also sagen wir dreimal pro sekunde dann wird halt immer nur noch schaden nach dreizehntel sekunden wird zehn trefferpunkte schaden verursacht nach sechzehntel sekunden halt noch mal zehn und nach einer ganzen sekunde oder wie auch immer man das jetzt ja ihr wisst was ich meine also der schaden an sich verändert sich nicht pro sekunde sondern wird dann drunter gerechnet jedes mal wenn so eine schadenswelle kommt das ist das was damit gemeint ist wird hier genauso beschrieben abgesehen davon wird eine flugabwehr aura wenn sie zuvor weniger als 18 treffer punkte schaden verursacht hat jetzt 18 treffer punkte schaden pro sekunde verursachen das war nämlich ein fehler dass sie vorher nicht die 18 punkte gemacht hat also das wird jetzt einfach korrigiert und effektiv ist jetzt nicht ein krasser waff es ist eine veränderung ja mal gucken am ende müssen wir sehen wie das dann auf dem live server ist der flugabwehr schaden wird dadurch eben konstanter gestaltet das ist der der hintergrund den man da nennen möchte so ergänzung und änderung von inhalten die dann und rotglut kommt ins spiel die moskwa sieht hier richtig geil aus wie so ein feuerschiff wie ich persönlich finde ja erkennbarkeit zu wasser drei prozent vier prozent streuen der granaten vom gegner ep je gefecht und 100 prozent kapitäns ep gibt es oben drauf dann gibt es noch hier so eine andenken flagge heilea georg und ein aufnäher wurde auch noch hinzugefügt und so weiter und dann kommen wir schon zu dem punkt die super tester und community kontributoren und entwickler bekommen das schlachtschiff ohio zur verfügung gestellt mit diesem update das heißt da kann man also demnächst vielleicht auch mal das ein oder andere ohio schiff mal durch die gegend fahren sehen vergesst nicht das ist eine georgia mit einem extra geschütz ja also noch mal 457 millimeter ich bin sehr gespannt wie das da in zukunft denn entwickeln wird und dann gibt es eine ganze menge an sonstigen änderungen und verbesserungen viele davon sind ja kosmetisch ja andere sorgen dafür dass eben weniger abstürze entstehen und so eine ganze geschichten ich habe jetzt nichts ganz dramatisches gefunden außer vielleicht hier oben es wurden beschreibung für errungenschaften die in unternehmen verdient werden können und ein symbol für die errungenschaft torpedo mann hinzugefügt also dafür gibt es jetzt ein symbol das war vorher wohl nicht da und auch die beschreibung der granaten der 200 millimeter sekundär batterie bei der kaga wurde überarbeitet und das ist eigentlich schon das worauf ich hauptsächlich eingehen möchte gesagt man könnte jetzt hier wirklich jeden punkt auseinandernehmen ich glaube das wird aber den rahmen von dieser folge flaschenpost eben sprengen ich bin gespannt was ihr denn zu diesen änderungen an dem update so findet was ihr gut findet was ihr vielleicht nicht so gut findet empfindet ihr diese flugabwehr geschichte dann vielleicht doch als nerf bin ich persönlich jetzt nicht die flugabwehr ist sowieso schon ziemlich stark geworden in letzten zeit ja prinzipiell finde ich es erstmal gut als sie anfingen sachen zu standardisieren weil ich da persönlich immer noch als veränderung als langfristige veränderung in world of warships sehe es wird auch wieder veränderung für die flugzeugträgerpiloten geben sie wollen diese flugabwehrmechanik einfach erst mal auf einen anderen level bringen es ist schade dass auf dem live server passieren muss und hat wir darunter immer wieder irgendwie leiden sei gesagt am ende verändert sich ja die statistik auch permanent aber ja offensichtlich sie haben sich dazu entschieden wir können es kaum noch beeinflussen außer dass wir regelmäßig konstruktive feedback geben und ja dazu kann ich euch jetzt nur noch motivieren das auch noch im forum vielleicht zu tun unter diesem artikel da gibt es ja ein forumseintrag für jetzt will ich mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure aufmerksamkeit ich hoffe ich konnte euch schon ein bisschen eine übersicht verschaffen was euch mit update 0 7 6 erwartet ja und dann freut mich auf eure kommentare unter dem video freut euch auf das update freut euch die französischen zerstörer mir persönlich geht es so lala ich bin schon interessierter dran aber ich freue mich viel mehr auf die italiener und dazu gibt es demnächst auch wieder ein video hier auf unserem kanal ich habe sie euch einmal schon mal vorgestellt demnächst folgen die technischen daten wenn euch auch schon mal drauf freuen so bis dahin wollt ihr noch ein paar mehr informationen haben oder uns hier nicht nur bei youtube folgen oben in der gelben leiste seht ihr wo wir noch vertreten sind und unten in der beschreibung findet ihr alle links dazu außerdem hat secrets jetzt eine de-domain einfach secrets.de eingeben und dann landet ihr immer bei youtube auf unserer seite dann ist der weg einfacher geworden in dem sinne ich sag danke und bis zum nächsten mal hier auf dem kanal euer secrets team euer andy ciao ciao